Das erste Gedicht, was Sie in dieser kleinen Sondersendung zu hören bekommen, heißt »Der alte Wasserhahn«. Als der alte Wasserhahn fürchterlich mal tropfte, nahm ich gern mich seiner an und behutsam stopfte eine Dichtung ich hinein, wohl von Hermann Hesse, da ließ er das Tropfen sein, Schluss war mit der Nässe. Als der alte Wasserhahn fertig war mit Lesen, fing das Tropfen wieder an, als sei nichts gewesen, denn er hatte eingesehen, daß die meisten alten Wasserhähnen es nicht verstehen, Wasser noch zu halten. Der gute alte Wasserhahn, lasst mich das noch rufen, las, er war kein dummer Jan, Hesses Dichtung, Stufen. Die nächsten Gedichte, die handeln von meinem kürzlichen Zoo-Besuch und es geht darum, irgendwelche Tiere, es war ein kurzer Zoo-Besuch und es waren eigentlich nur drei Tiere, die ich da besucht habe, dann hatte ich auch keine Lust mehr, bin ich wieder gegangen. Aber diese drei Tiere hatten es in sich und zwar waren es die Tiere Elefant, Eisbär und Querflöte. Und ich fange jetzt mal an mit der Querflöte. Aber vorher möchte ich das Gedicht noch mit einem kleinen Verschen einleiten. Heute ging ich wieder in den Zoo hinein, heute wollte ich wieder einmal Forscher sein. Wir Menschen stehen nun mal total auf Tiere und Tiere stehen oft auf alle Vierer. So, jetzt geht's weiter mit die Querflöte. Die Querflöte ist ein Aerophon und bringt die Luft zum Schwingen. Doch nur durch clevere Konstruktion kann dieser Trick gelingen. Sie ist aus Blech und Elfenbein. Ganz früher war sie Knöchern. Die Töne aber stellt man ein mit Klappen und mit Löchern. Doch einen Nachteil hat sie auch. Das sagt ja schon der Name. Sie liegt halt quer bei dem Gebrauch dem Musikus zum Kram. Denn der verdreht extrem den Rumpf beim Blasen dieser Flöten und strapaziert von Kopf bis Strumpf die Muskeln und die Gräten. Und wenn er dann getutet hat für eine dürre Gage, dann schmerzt hernach das Schulterblatt, dann braucht er eine Massage. Und die wird teuer. Das nächste Gedicht erzählt uns etwas von einem Eisbären. Es heißt der Eisbär. Wer hätte das gedacht? Der Eisbär ist ein Riesenvieh und misst beinahe drei Meter. Am Nordpol, in der Eisbräerie, dort lebt und geht und steht er. Das Tierchen ist zwar riesengroß und passt nicht in dein Zimmer, doch saust es schnell und jagt grandios und ist ein geiler Schwimmer. Ob Rentier, Schneehaas oder Fisch, der Eisbär frisst gewaltig. Auch Pflanzliches kommt auf den Tisch. Das ist ballaststoffhaltig. Sein Schwanz ist kurz, sein Fell ist dicht und klein sind seine Ohren. Und wären das die Ohren nicht, so wären sie längst erfroren. Warum dieses Gedicht? Die Ellensche Regel besagt, dass bei Verwandten, Säugetierarten oder Rassen die exponierten Körperteile wie Schwänze und Ohren in kalten Gebieten relativ kürzer ausgebildet sind als in wärmeren Gefilden. Ein sehr gutes Beispiel ist eben unser Eisbär mit seinem Gegenentwurf unserem heimischen Teddybären, der in den völlig überhitzten deutschen Wohnstuben natürlich viel größere Ohren braucht, um seinen Wärmehaushalt zu regulieren. Weiter geht es mit dem Elefantenvers. Guck mal da, die imposanten, dicken, grauen Elefanten. Kaum sind die im Zoo geboren, haben sie schon immense Ohren. Seht doch, diese grauen Viecher haben furchtbar lange Riecher, um am Fluss mit diesen Nasen Wasser rein- und rauszublasen. Rüssel heißen diese Zinken und sind vorteilhaft beim Trinken. Gleichfalls beim Spazierengehen, denn bisweilen kann man sehen, wie sich diese Tiergestalten liebst an Schwanz und Rüssel halten. Selbst der große Elefant gittert gerne Hand in Hand. Doch wenn sie ins Wasser stapfen und dasselbe einwärts zapfen, um die anderen nass zu spritzen, während friedlich die da sitzen, sieht man, auch die Elefanten sind von Herzen Komödianten, die sich freuen am bloßen Sein. Und an ihrem Elfenbein. So, dann geht's weiter mit einem Elefanten Limerick. Limerick kennt jeder, bestimmtes Reimschema. Es geht los. Ein Elefant aus dem Zoo Brüssel saugt eine Suppe aus der Schüssel, doch die ist zu heiß. Es dient als Beweis, die Brandblase vorne am Rüssel. Nun ist Abend und der Zoobesuch vorbei. Ich habe viel gelernt in der Menagerei. Ich nehme Abschied von den tollen Tieren. Wo mag der Weg mich morgen wohl hinführen? Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema. Ich habe vom CIA den Auftrag bekommen, im Sinne der Terrorbekämpfung die deutschen Kinderlieder anzupassen, textlich. Und das erste Lied habe ich bereits überarbeitet. Und es geht so. Drei Muslime mit dem Pulverfass saßen auf der Straße, denn sie planten da was. Da kam die Polizei, fragt, was ist denn das? Drei Muslime mit dem Pulverfass. So, wiederum dramatischer Themenwechsel. Denn wir wollen nun die erotische Abteilung eröffnen. Es ist hoffentlich spät genug dafür und die Kinder sind sicherlich alle im Bett. Aber das ist mir jetzt auch egal. Es geht los. Das nächste Gedicht beschäftigt sich also mit erotischen Dingen, und zwar mit bäuerlich-erotischen Raffinessen und vermittelt einen tiefen Einblick in die bumsvidelen Verwöhnpraktiken der frisch geduschten Landbevölkerung. Während man in metropolitanen Räumen beim Liebesspiel beispielsweise gewitzt zur Streichelfeder, zum Federstreichler oder einfach nur zu einer Feder greift, um den geliebten Partner zu stimulieren, nimmt man im Ländlichen noch das ganze Huhn. Aber das Lebendige wohlbemerkt, und darum geht es in folgendem Gedicht. Lied einer Landfrau Liebling, streichel mich mit unserem Huhn. Magst mir auch das Negligé zerpicken? Was es schon dabei ist, mit Huhn zu tun? Das Negligé, das kann ich wieder flicken. Ach, was wird sich unser Hühnchen freuen? Nein, da fängt es auch schon vor Wollust an zu gackern. Liebling, unsere Klucke wird dir gern behilflich sein, dann brauchst du dich allein nicht abzurackern. Und plötzlich macht es, da schießt ein Ei volle Lotte auf die Bauersfrau. Der Bauer tut sein eigenes Eiweiß auch dabei. Die Bäuerin ächzt und sagt, du alte Sau. Ja, und damit wird die erotische Abteilung wieder geschlossen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wechseln das Thema, bleiben jedoch bei Geflügel. Der Möwenschreck Blutig geht die Sonne unter, ruhig liegt das Meer, mutig hupft der gute Gunther Möwen hinterher. Plötzlich ist die Sonne weg, platsch, er fällt vom Stege, und er bringt als Möwenschreck nicht mehr viel zu Wege. Hurtig geht der Gunther unter, ruhig liegt das Meer. Möwen gucken munter, runter, Gunther hinterher. Ja, und jetzt geht's mit einem ganz anderen Thema wieder weiter. Das ist so toll, so schöne Themenwechsel, ganz schnell und plötzlich und unerwartet. Und das nächste Stück ist wieder ein Limerick, und es heißt Der Forstwirt. Ein einsamer Forstwirt aus Brücktal stürzte, welch schreckliches Schicksal, in Häcksler, o Graus. Er kam zwar da wieder raus, jedoch in größerer Stückzahl. Und da ist er auch nicht mehr so einsam, wenn es ihn dann so in größerer Auflage gibt, sozusagen. So, jetzt komme ich zum Ende und gebe euch noch einen Sinnspruch mit auf den Weg, der euch beschützt und der euch hilft, zu leben. Ein edles Aftershave verströmt den Zauber seines Duftes sogar am schlecht rasierten Kinne eines echten Schuftes. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, liebe Herren Aphroditen, das war's von meiner Seite. Wohl an den Herz, nimm Abschied und Gesunde.